Lass dich drücken. Lass dich drücken. Isa. Das hätte ich von mir nicht erwartet. Schau, was kommt nun? Isa, das wäre jetzt der Moment für dir. Ist nicht perfekt oder symmetrisch, aber wunderschön. Und von mir, was kann ich noch tun? Lasse, komm mal her, komm mal her. Wir reden, komm mal her, komm mal her. Was ist los? Komm mal her, komm mal her. Zu mir, komm mal her, komm mal her. Lila, Lilien, rosa, Rosen. Lass dich reihenweise blühen. Perfekt inszenierte Posen. Doch die sind nur mein Kostüm. Was könnte ich tun? Lass dich die Blumen blühen, so wie ich sie fühle. Wohin dürfte ich fühlen? Was könnte ich tun, wüsste ich tun? Es muss nicht immer perfekt sein. Es muss einfach nur sein. Ich wäre endlich frei. Ein Wildesturm aus Herkard anlass. Wie Freu und Wunsch bilden wein. Das ist fein. Die Palme wächst und ich wachs über mich hinaus. Und was kommt nun? Was kann ich noch tun? Sonnenteil liebe ich, krieg dich lieber nicht dazu. Weil er immer wieder sticht, doch ist es wieder nicht genug. Ja, ich pack das lieber, ich trau mich nun. Ich will dich perfekt sein. Ich lass nun zu uns tun. Du siehst für mich immer glücklich und siehst so, als würde sich die Welt um dich drehen. Tief können die Wurzeln, aber ich sah nur die Blumen. Und ja, es ist schön, dich zu wachsen, zu sehen, wie weit kannst du gehen. Es wird so viel Geschichte los. Ein Wildesturm aus Herkard anlass. Wie Freu und Wunsch bilden wein. Wenn nicht die Palme wächst und ich wachs über mich hinaus. Und was kommt nun? Was noch? Was machst du, wenn du echt verhaftig und vollkommen im Moment bist? Das Moment ein Geschenk ist. Was machst du, wenn du siehst, dass die, die du sein willst, nicht perfekt ist? Und es wäre okay, es ist allemal auf den Weg. Ich kümm mich durch eine Tat, wenn du ja. Ich kümm mich durch eine Tat, wenn du ja. Ich kümm mich durch eine Tat, wenn du ja. Ich kümm mich, wenn du siehst, dass sie hindert, siehst du mich. Der Weg wird klar, denn du bist da und ich verdammt dir mehr als Blumen. Was kann ich noch tun? Was kannst du tun? Was kann ich noch tun? Du kannst auch alles tun. Was kann ich noch tun? Du bist echt ein schlechter Einfluss. Du bist echt ein schlechter Einfluss. Du kannst du dir zwei Arma ضreng. Vielen Dank. Vielen Dank.